Lustige Bewertungen von Ostseestadion Rostock. Ohne Fans eigentlich ganz nett. Hashtag Kocke versenken. Keine F6 Zigaretten vorhanden. Fischbrötchen waren auch nur mittelmäßig und von Hansa brauchen wir gar nicht erst reden. Wieder mal verschwendete Zeit. Für so ein Rumgedrücker verdienen die auch noch Geld. Warum so unfreundlich? Als Gast wirst du hier gehasst. Keine Fans. Keine Stimmung FCH. In diesem Sinne haut rein ihr Fischköpfe. Nur der FCM. Die Fans sind asozial und haben nur provoziert. Der ganze Verein ist schrecklich.